hallo freunde der virtuellen realität schön das eingeschaltet habt zum heutigen video ja ich habe mir gedacht warum nicht mal neues format auf die beine stellen und warum nicht mit der pico 4 und ich möchte in diesem format jetzt in dieser sage ich mal news sendung faq sendung einfach mal auf eure fragen auch eingehen ein bisschen auf den store eingehen und was gibt es neues wenn neue firmware versionen rauskommen die möchte ich euch auch dann hier vorstellen und so weiter und so fort und es kommen auf facebook discord in youtube kommentaren immer weitere fragen zur pico 4 auf ja die wichtigsten habe ich mir heute mal so aufgegriffen versuche die euch auch so gut wie es geht zu beantworten und wenn ihr danach noch fragen habt gerne unten in die kommentare oder auf facebook oder im discord stellen alle links dazu sind unten in der beschreibung und ja ich werde dann zur nächsten sendung oder zum nächsten video dann diese fragen aufgreifen und dann auch darauf eingehen wenn ich sie denn beantworten kann ja neben mir ist schon der store eingeblendet der store ist aktuell nur mit der handy app verfügbar das ist der via assistent und versuche ich auch alles unten in die beschreibung zu verlinken es gibt noch keine webseite wo man sich jetzt anmelden kann und schön shoppen gehen kann weil das ist die erste frage die kam kann man aktuell wenn man die pico 4 vorbestellt hat einfach schon mal im store shoppen gehen ja kann man und das mit dieser app da gehen wir gleich mal drauf ein auf diese app jetzt noch nicht lassen wir einfach mal so ein bisschen laufen und dann kam die frage zu cross by cross by gibt es cross by sowie bei der quest dass ich sage ich mal im quest store ein spiel kaufe den aber dann auch auf der pc version von oculus habe heißt der glaube ich immer noch oculus auf dem pc und nein die gibt es nicht denn pico hat kein pc store es gibt aktuell noch kein vielleicht kommt der noch aber aktuell kann pico noch keinen cross bei anbieten weil es halt ganz ganz einfach keinen pc wie a store gibt von pico dann kam die frage cross play gibt es cross play ja es gibt cross play genauso wie bei der quest ich habe jetzt die mio probiert ich habe after the fall probiert ich konnte mich jedes mal einladen und konnte dann auch normal mit dem gegenüber auch spielen das geht es kam auch die frage eleven dieses tischtennis game habe ich noch nicht getestet aber es wird komplett abhängig sein unterstützt die app cross play wenn die app das cross play unterstützt wird es auch funktionieren also da muss man natürlich vom entwickler ausgehen und nicht das ist jetzt war ich wahrscheinlich kein betriebssystem problem sondern wenn die app das unterstützt wird es auch funktionieren also wenn die quest version das hat wird es wahrscheinlich dann auch bei der pico funktionieren eleven kann ich noch mal probieren ob ich das ob ich mich da einladen kann oder nicht habe ich aktuell noch nicht gemacht dann virtual desktop funktioniert virtual desktop ja virtual desktop funktioniert und wie war hier auch nebenan sehen es ist heute erschienen kostet die normalen 19,99 und funktioniert meiner meinung nach bisher tadellos ich hatte kleine staatsschwierigkeiten aber die sind jetzt auch behoben und es gab jetzt ein aktuelles update zur zum virtual desktop und ich hatte ja noch eine beta version und ja das funktioniert wenn ihr einen vernünftigen route habt ihr das unterstützt oder bald den erdongle dann werdet ihr damit auch keine probleme haben und könnt ja ohne probleme virtual desktop genießen und pc wie a games mit der pico 4 genießen es gibt eine kompatibilitäts liste welche spiele jetzt von virtual desktop unterstützt werden oder nicht zum beispiel walking dead saints and sinners funktioniert nicht man kann das spiel zwar starten ich habe aber keine möglichkeit eingaben zu machen also das hat jetzt ist spielabhängig manche spiele unterstützen das manche nicht und diese liste hat der andy in unserer facebook gruppe gepostet und die versuche ich auch mal zu verlinken unten in der beschreibung ist ganz wichtig für leute dass die nicht umsonst pc wie a games jetzt holen das hat jetzt auch nichts mit der pico zu tun das hat was mit virtual desktop zu tun welche spiele da funktionieren welche nicht also das muss man natürlich bevor man ein spiel kauft muss man das natürlich auch berücksichtigen dann sind wir direkt bei der rückgabe es gab die frage gibt es die rückgabemöglichkeiten wie bei ja meta ja oder steam ja die gibt's und wenn ihr euch jetzt spiele kauft für den pc sage ich einfach mal dann ist es natürlich auch möglich dass sie dann spiele die jetzt nicht mit virtual desktop funktionieren dann auch zurückgebt das hat aber nichts mit pico zu tun das müsst ihr dann mit steam abhalten oder oder oculus weil ihr kauft die pc wie a games ja da und dort aber ihr habt auch im im pico store das schalte ich euch mal gerade rein die möglichkeit spiele die nicht älter als 14 tage gekauft wurden also vor 14 tage gekauft wurden und nicht länger als 120 minuten gespielt wurden die könnt ihr zurückgeben das ist kein problem ist auch ziemlich wichtig weil manchmal fällt man ja echt auf irgendeinen trailer rein und der gibt dann überhaupt nicht das wieder was man sich erwartet erhofft hat und ja somit ist es natürlich mega wichtig dass wir auch die rückgabemöglichkeit haben ich habe das selber schon öfters genutzt von spielen wo ich echt enttäuscht war man kann natürlich sagen okay es ist ein early access titel man gibt dem zeit und ja man kann es dann trotzdem zurückgeben und kauft es später noch einmal ist alles möglich ist auch bei pico möglich also da kann ich euch die frage dann schon beantworten dass das möglich ist dann kommt immer die die frage zur ip die einstellung ja wir haben eine ip die einstellung von 62 bis 72 diese regulär freigeschaltet und dann gibt es aber die möglichkeit das seht ihr auch in meinem pico os video wo ich das betriebssystem so ein bisschen zeige und passt und so weiter da zeige ich euch das auch verlinke ich einfach mal in infobox da seht ihr dass euch euch auch die möglichkeit gegeben wird unter 62 zu kommen dann drückt einfach auf minus nach 62 und dann kommt und plöppte ein feld auf und da wird dann angezeigt dass es die gefahr gibt die nase zu quetschen und ihr euch da auch aufpassen müsst und ja wenn ihr diesen haken setzt könnt ihr auch unter 62 mm gehen und bei mir ging es jetzt bis 58,5 danach war der abstand zu klein und der der motor gibt dann immer wieder nach und stellt dann die möglichkeit zurück auf 58,5 also unter 58,5 ging bei meiner brille nicht und ja das ist das minimum was man einstellen konnte ich komme da gar nicht mit meiner nase rein ich musste wirklich das hätte so ein bisschen wegheben weil da meine nase halt dann probleme bereitet weil die zu groß ist ja das erst mal dazu also das ist möglich das sind jetzt hier die die fragen die ja ich als wichtig empfand für die leute die jetzt liebäugeln damit die pico 4 zu bestellen ah ja zum thema bestellen ja ihr könnt die bei in deutschland bestellen nicht wie die quest sondern ihr könnt ihr wirklich bei amazon in deutschland bestellen und ich bin frankreich oder sonst wo und bei mediamarkt geht wohl auch ich lege euch unten die bestell links von amazon da rein das sind affiliate links könnt ihr nutzen wenn ihr möchtet könnt ihr auch nicht nutzen wenn ihr das möchtet also damit unterstützt ihr mich ein bisschen wenn ihr über diesen link dann halt die brille bestellt es ist für euch nicht teurer also da möchte ich euch noch mal darauf hinweisen liegt auf jeden fall unten in der beschreibung die beiden links zu der 128 gigabyte version und der 256 gigabyte version ja jetzt können wir uns mal den store widmen ich werde mal hier ein bisschen das mikrofon verschieben und ja hier sehen wir zum beispiel eine top liste einfach die kann man sich anschauen da gehen die einfach immer die die top games durch after the fall space pirate trainer ich finde blade and sorcery ist ein muss für pico 4 gamer ja hier kommt auch schon welten source wie nomad wenn ihr die pc via version habt nutzt es über virtual desktop funktioniert super habe ich auch gemacht da habt ihr natürlich grafik noch mal ein bisschen ja bisschen bessere möglichkeiten einfach mal und ja hier haben wir die neuerscheinungen da können auch mal darauf klicken gehen wir einfach mal in die neuerscheinungen rein und da ploppt ganz oben weil es heute erschienen ist virtual desktop 1999 und das geld ist echt wert also diese app ist ein must have titel ein einfach wer es nicht kennt virtual desktop ist eine app mit dem wir uns mit unserem pc verbinden können da gibt es eine app auf dem pc die ist kostenlos und eine app in der via brille und damit könnt ihr euch dann mit dem pc verbinden könnt quest quest games meta games pc vr games zocken und steam vr games also ist alles kein problem habe ich alles probiert ging wunderbar manche spiele gibt es gibt halt probleme aber da poste ich euch mal die kompatibilitätsliste von virtual desktop zu den games da ist auch dann wirklich angegeben welche games funktionieren welche nicht und warum wieso weshalb ja dann haben wir lost in abyss ist ein horror puzzle game first person wrestle player weiß ich gar nicht was das jetzt ist können wir mal kurz rein klicken okay da kommt dann auch eine alterseingabe ich gehe einfach mal hier auf 98 bestätigen gehen wir da mal rein ja so ein fußball game oder ja genau das das haben wir sogar mal in der news sendung vorgestellt ist halt ein fußball fitness game sag ich einfach mal warum man auch da jetzt unbedingt 18 sein muss weiß ich gar nicht also ist mir jetzt ein rätsel aber gut dann haben wir les mills body combat das ist ein richtig krasses fitness workout programm und das ist sogar dann im multiplayer also ihr seht dann andere avatare die dann da wirklich auch mit mit trainieren und muss wohl echt heftig sein ich habe mir dann nur mal videos angeschaut und ja da wird so ein bisschen fitness mit kampfkunst auch miteinander verbunden mit treten boxen und so weiter also sehr sehr krass und ich kann mir vorstellen ich liebe ja thrill of the fight kann mir vorstellen dass das auch richtig reinhaut werde ich wahrscheinlich dann auch mal testen für euch goliath playing with reality gibt es dann auch noch umsonst habe ich mir auch noch nicht angeschaut also den den pico store an sich habe ich mir ein paar spiele angeschaut habt ihr die wirklich auch gespielt aufgenommen aber noch nicht so viele also ich habe erst mal wirklich die hardware angeschaut virtual desktop angeschaut und da ging natürlich auch sehr viel zeit drauf deshalb müsst ihr ein bisschen verständnis haben dass ich nicht alle spiele hier wirklich gespielt habe aber ja wir gehen hier so ein bisschen einfach mal durch was jetzt hier erschienen ist rack room ist auch erschienen es kam auch noch die frage von wie archet ob wir archet jetzt kommt und wann ist eine frage der zeit denke ich denke wie archet wird definitiv auch auf der pico landen als altarm eine mega ja beliebte app ist ja mal ruins magus das ist ein ich mache mal hier pause bevor wir hier irgendwelche sounds haben ein asiatisches fantasy game wollte ich auch ein video zu machen bin ich noch nicht so gekommen muss ich auch eingestehen aber wie ihr auf meinem kanal gesehen habt ich habe content rausgehauen in der letzten woche und ja das ging halt alles da drauf und ich konnte mir die ganzen spiele noch nicht anschauen ja rack room kennt natürlich jeder ist natürlich auch ein cooles game was super viele einzel kleine einzel games hat natürlich sehr viel soziales weil man da andere leute treffen kann und so weiter und so fort ja space pirate trainer werde ich mir auch dann mal genauer anschauen ja der arena mode ist aktuell noch nicht verfügbar es gibt ja ein arena mode wo man wirklich auf der quest sage ich einfach mal mit zwei headsets im gleichen raum spielen kann die sich auch miteinander ja kennen und das ist natürlich cool hat die pico 4 noch nicht die pico die pico 4 ist firmware technisch natürlich auch noch nicht komplett am ende die sind immer noch eine entwicklung die haben natürlich auch nicht den vorsprung den oculus hat oder meter hat also die haben natürlich jahre vorsprung muss man natürlich auch verstehen und die brauchen dafür noch um die firmen weiterzuentwickeln da werden auch immer wieder firmware updates raus gehauen und es kam auch die frage an uns tester wenn ihr was vermisst irgendwelche bugs findet und so weiter meldet uns die wir versuchen die so so gut wie es geht zu beseitigen und auch sachen einzufügen die sinnvoll sind ich finde als ja wie a streamer content creator finde ich diesen bild stabilisierer sehr gut den dienst jetzt bei der quest gibt also das ist für euch zuschauer echt perfekt weil man bewegt sich teilweise echt sehr langsam mit dem headset und trotzdem sieht total wackelig aus und ist nicht schön anzusehen und mit diesem bild stabilisieren es ist echt perfekt und der muss definitiv auch auf die pico drauf wenn man damit videos macht ist schon ziemlich ziemlich wichtig finde ich dann gab es townscaper das ist ein via aufbauspiel wo man wirklich städte dann aufbauen kann und habe ich mir auch noch nicht angeschaut hat der sascha sich glaube ich auch auf die quest angeschaut also wie arbeit falls ihr den nicht nicht kennt unbedingt auch mal raufschauen der macht auch jetzt viel pico 4 aber auch quest gameplay also da solltet ihr definitiv auch mal raufschauen ich habe kein problem gute kanäle auch ja vorzustellen und zu zeigen und der hat das spiel auch gespielt soweit ich informiert war ja und dann haben wir die kategorie demnächst und die finde ich sehr 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 interessant denn da sind richtig coole games bei also the walking dead saints and sinners ist ein must have titel für alle wie a gamer die auch ein bisschen ja zombies abschlachten möchten sag ich mal ist ein cooler story modus dabei und da kommt jetzt auch bald der zweite teil raus den habe ich gestern auch in der news sendung vorgestellt die news sendung werde ich euch auch mal in die infobox packen und oder am ende wird es im abspann gezeigt und ja also walking dead saints and sinners ist ein richtig cooles game auch von den von der physik die man mit den waffen und den zombies hat richtig richtig gut dann haben wir battle sister warhammer und das wird auch auf der pico 4 erscheinen habe ich auch noch nicht reingeguckt soll aber ein cooles game sein noch habe ich mir auch noch nicht angeschaut also das was aktuell an via material an games rauskommt ist der wahnsinn man kommt als ja wenn man das jetzt nicht voll vollzeit macht dieses youtube diese youtube sache sage ich einfach mal und vollzeit arbeiten geht kommt man gar nicht mehr hinterher also ich komme nicht mehr hinterher bin ich ganz ehrlich und ja da muss man ab und ab und zu mal selber dann noch mal in die videos schauen und ja wie es aussieht ist es hier so eine art rocket league mit pfeil und bogen also so sieht für mich aus so ein bisschen fußball und hat was von ultimech nur mit bogen und ja da werde ich auf jeden fall auch mal raus rauf gucken wenn es denn draußen ist ja piki blinders kenne ich jetzt nur als serie soweit ich weiß und hier steht noch piki blinders fans wie eigentlich das kennen for the first time infiltrate the underground und bla 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 scheint sehr stark an die serie angelehnt zu sein und müssen wir dann wirklich mal schauen wenn es rauskommt mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen race the oblivion after life habe ich getestet auf meinem kanal werde ich euch eventuell auch immer in die beschreibung packen oder im abspann oder in infobox muss man schauen und ist ein horror game was ja ziemlich spooky war aber nicht zu spooky also paranormal activity war da um eine ecke härter aber hat schon seine phasen teilweise ist man dann aber auch auf maps wo man wirklich nur gucken muss wo ist der der gegner gerade der geist sage ich einfach mal muss dann durch irgendwelchen sachen durchkommen ohne dass der geist einen bekommt ich habe schon panik bekommen wo wirklich man dann hinter einem hört wie der geist hinter einem her läuft und man nicht wirklich wegkommt und irgendwann hat er einen dann auch also ich habe dann schon panik bekommen ein cooles geben für alle horror fans auf jeden fall pflicht titel ja dann haben wir hier die kategorie zuletzt aktualisiert also wenn es ein update gab zu irgendwelchen spielen wird es dann hier auch gezeigt und ja zum kaufen ihr könnt wirklich wenn ihr da jetzt games seht die möchtet ihr kaufen könnt ihr dann hier schon kaufen wenn ihr eure zahlungsdaten hinterlegt habt und könnt ihr dann schon mal vorab kaufen wenn ihr das möchtet und ja dann könnt ihr euch wenn ihr die pico 4 gekauft habt und zuhause habt eingerichtet habt direkt quasi runterladen und loslegen ja all in one summer sports wir möchte ich euch auch noch zeigen ist ja früher gab es ja immer diese summer games winter games auf dem c64 atari und so weiter und ich habe diese spiele geliebt und das ist halt so alles angelehnt daran wie wie früher halt nur in vr jetzt man kann multiplayer games zocken man kann es aber auch einzeln zocken um einfach eventuell was zu üben und ja sind ein paar witzige games dabei ist einfach mal ein bisschen spaß mit freunden zu haben und all in one summer games gibt es da oder ja all in one summer games tschuldigung mir juckt es gerade ein bisschen und dann gibt es auch noch einen anderen titel der ist hier all in one sports vr game und ja kostet 20 euro hier der titel und da sind halt sportarten dabei die man dann halt machen kann ja wie wir hier sehen badminton tischtennis ist halt alles sehr akade lastig basketball gab es da habe ich mir auch beim test schon weh getan ich bin gegen meine decke geknallt mit dem mit dem arm wo ich so machen wollte man muss nicht unbedingt so machen aber meine decke ist hier ziemlich tief und ja wird es dann wird dann halt ein bisschen unangenehm dann gibt es die kategorie halt empfohlen da kann man dann auch noch mal hier unter unter verschiedene kategorien dann noch mal suchen und ja hier gibt es noch mal alle durchsuchen dann kann man hier jetzt sagen zuletzt veröffentlicht und dann wird das halt alles hier runter gerasselt ja das war's ich möchte jetzt gar nicht auf die ganze liste gehen also wer meint der pico 4 store bietet nicht viel content der hat sich geirrt also ich finde es gibt genug content auf dem in den pico 4 store und er wird auch wie ihr seht an den neuen demnächst ordner es kommt immer weiter es kommen auch richtig top titel und klar die ganzen entwickler die jetzt keine exklusiv verträge unterschrieben haben mit mit irgendwelchen anderen firmen wie meter und so weiter sony die werden natürlich versuchen auch auf die pico zu kommen ist ein neuer markt kann man geld verdienen und das auch auf android basiert denke ich dass es nicht so so schwierig ist dass auf die pico 4 zu portieren sage ich einfach mal aber wenn es da jetzt draußen entwickler gibt die dazu was sagen können auch gerne unter die kommentare möchte ich auch gerne dann in der nächsten sendung darauf eingehen dann können wir uns die kommentare so ein bisschen anschauen ist natürlich auch interessant ja soweit so gut das war jetzt die meine idee von der sendung wie es die ja abhalten möchte natürlich bei der nächsten sendung mehr auf die kommentare eingehen und ja das war jetzt der erste anfang und wenn euch was interessiert was ihr gerne wissen möchtet wie gesagt fragen unter den kommentaren in unserer facebook gruppe die so schön wächst also da gibt es alles rund um thema via das ist egal ob ihr jetzt quest user seid ob ihr psv user seid pico 4 user natürlich steam wie user und das ist vollkommen egal wir versuchen da alle alle neuigkeiten news immer zu posten das ist die moderatorin claudia oder der admin claudia und dann der andy der uns da schön unterstützt und auch die leute aus der community die irgendwelche sachen finden im internet die posten dann natürlich es gibt ein paar youtuber die da auch ihre videos posten und ja da würden wir uns natürlich freuen wenn ihr auch da uns besuchen würdet unten in der beschreibung ist der link und dann gibt es den discord der ja momentan noch im tiefschlaf ist aber ich hoffe der wächst auch bald und ja das mal dazu und wie gesagt ihr könnt gerne auch in den kommentare schreiben wie ihr jetzt dieses format hier findet begrüßt ihr das findet ihr das gut ich möchte natürlich nicht nur jetzt via neulinge ansprechen sondern auch ja via fortgeschrittene experten sage ich mal die trotzdem interesse an der pico 4 haben und sich noch nicht sicher sind der sache und die möchte ich natürlich auch ansprechen also die ganze bandbreite wäre es natürlich gut damit abzudecken und falls euch videos zur pico 4 interessieren oben in der beschreibung in der infobox ja gibt eine playlist pico 4 und da gibt es das unboxing man review pico 4 os das die version 5.1 ist heraus und ja das zeige ich euch da so ein bisschen ja wie es da mit der pico 4 bestellt ist ja leute ich hoffe euch hat es gefallen wenn ja like raus abo button natürlich nicht vergessen das wäre natürlich sehr sehr nice von euch wenn nämlich dahingehend unterstützt und ja ansonsten dankeschön fürs zuschauen bis zum nächsten mal tschüss